Wir sind es wieder, Berlin Bricks und heute bauen wir die 2.1.1.2.6 The Wither auf. Dieses Set hat 318 Teile und stammt ursprünglich aus dem Jahre 2016. Ursprünglich konnte man es bei Lego für 39,99 Euro kaufen. Allerdings kann man es heute bei Ebay auch für weniger steigern. Dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Auspacken an. Wir haben es damals bei Ebay auch gebraucht gekauft. Hier nochmal die Rückseite vom Kartan. Da sind hier jetzt die Teile und die 2 Anleitungen. Und ja, ich würde sagen, dann fangen wir an. Und ja, ich würde sagen, dann fangen wir an. Und ja, ich würde sagen, dann fangen wir an. Und ja, ich würde sagen, dann fangen wir an. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020